Danke, dass Sie Zeit gefunden haben, bei der Wahl der Flurreinigung teilzunehmen, mitzumachen. Die meisten kennen sich von Insimulation aus, Warnweste haben alle Handschuhe, haben alle Getränke gibt es auch noch im Auto. Und bitte, noch bekannt geben, wo Sie gehen, bitte, damit die Misszettel auch gefunden werden. Ich möchte noch dazu sagen, als Danke, dass Sie heute dabei sind und mitmachen, gibt es beim Bruno ab 11 Uhr, Bruno ein kleines Stadtcafé, einen kleinen Imbiss und ein Getränk. Einfach beim Bruno hingehen und sagen, Wald- und Flurreinigung, oder Sie haben die Westen an, noch deutlicher. Schönes Wetter bei einer ganz wichtigen Arbeit heute. Ja, Gott sei Dank, schönes Wetter bei der Wald- und Flurreinigung. Das machen wir jedes Jahr einmal. Wir gehen durch Deutsch-Wagramm und sammeln den Müll auf. Die Säcke werden dann präsent an den Straßenecken aufgestellt, damit wir das wieder gut einsammeln können und alle finden. Sehr viele Leute machen da immer mit, dafür sind wir sehr dankbar. Das ist eine ganz wichtige Aktion, die immer vom Heinz-Bogner-Stadtrat für Umwelt durchgeführt wird. Es ist halt schade. Es ist schön, dass sich so viele melden. Es ist auch schön, dass viele zusammenräumen, aber es ist schade, dass es überhaupt notwendig ist. Ja, leider macht es immer wieder notwendig. Es ist auch so, dass manchmal der Müll nicht gut verstaut ist. Der Wind verträgt das dann und dann ist es einfach unvermeidlich, dass das einfach irgendwo herumfliegt. Das heißt, jetzt geht es einmal bis 11 Uhr ans Zusammenräumen und dann gibt es eine Stärkung. Genau, dann gibt es eine Stärkung bei unserem Bruno am Marktplatz, eine Kleinigkeit zu essen und ein Getränk dazu. Ja, und wenn man das gleich ausnutzen kann, der frische Markt hat er offen. Genau, der frische Markt hat er offen. Und außerdem verteilen wir heute Blumensäckchen. Blumensäckchen. Ein Säckchen ist für eine Quadratmitte geeignet. Da gehe ich jetzt dann vor und werde da auch ein bisschen was verteilen. Aber jetzt zuerst gehe ich mal zusammenräumen. Alles klar, da sage ich euch recht herzlichen Dank und gutes Gelingen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020